Ja, Skaden und willkommen zurück zu Let's Play Agent Hugo. Wir sind hier immer noch beim Überprüfen, wie weit die Wache wohl gehen wird, oh. Okay, soweit. Kann ich mich nicht auch hinten rumschleichen eigentlich? Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt einfach mal, die verschlossenen Tür ist jetzt auf. Hoffe ich auch. Und dann können wir nämlich... Ja, hier lang. Der Raum ist aber irgendwie umsonst. Ha, die Wache hängt fest. Weil da eine verschlossene Tür ist. Cool. Spiel gehackt. Okay, die Wache hinter der Tür ist keine Gefahr mehr. Und hier ist der Raum mit den zwei Schalter, die ich im letzten Part erwähnt habe. Die habe ich gerade beide mit dem Boom Ball betätigt. Und die Tür sollte jetzt hinter uns aufgegangen sein. Ich hoffe, wenn... Okay, die Wache hat uns nicht gesehen. Hier ist... Nichts. Doch. Das war wohl der Schalter zur letzten Tür. Weil ich denke, ich habe jetzt alle Schalter betätigt. Oh, das... Oh, das... Ah, nee, da ist der letzte Schalter. Und dahinter ist die Wache. Oh, nee, hier sind zwei Netzen Schalter. So, jetzt hätte ich eigentlich alle Schalter betätigt. So, jetzt bewegt sich die Wache. An... Äh, Schwung holen und rüber. So. Sie hätte sich bewegt, aber sie hängt immer noch fest. Das ist auch eine mit dem Schwanz. So, und... Wir sind durch. Nein. Oder doch? Ja. Wir sind durch. Hier ist der Raum, wo... Alle waren. Es ist dieser verdammte Troll. Ich schnapp ihn. Und... Ich dreh doch durch. Doktor Nogo redet. Aber man sieht ihn nicht. Hi, Grafenpfennig. Agent Nogo, bin ich froh, dich zu sehen. Jetzt müssen wir nur noch hier raus. Diese Schurken halten mich in Doktor Nogos Notfallfluchtrakete gefangen, falls er plötzlich verschwinden muss. Drück den Knopf auf der Konsole, dann bin ich gerettet. Bitte schön, wir sehen uns bei RISC, Professor. Viel Glück, Edge Dugo. Ich hoffe, du kommst hier lebend raus. Ich auch. Gute Reise. Alarm! Ah, da ist er. Es ist dieser verdammte Troll. Schnapp ihn. Ich dreh doch durch. Alarm! Okay, also, schnell den Schalter betätigen. So. Und auf. Oh. Oh, oh. Zwei Minuten zum Entkommen haben wir. Okay, ich schalte die Alarmalage aus. Die habe ich irgendwie in der letzten... Beim letzten Mal durchspielen am Auto... Oh, habe ich mich erschrocken gerade. Oh. Oh. Alter. Erschrecken mich doch nicht so. Beim Spiel ab sechs Jahren erschrecke ich mich. Das ist... Boah. Falls ihr es gerade gehört habt. Was hier runtergefallen ist, ey. Moment, ich hebe es mal auf. Oh mein Gott. So, meine Uhr ist gerade runtergefallen. Boah, ey. Adrenalin. Boah, hinter uns sind ganz viele rote Punkte. Boah, erst mal vom Schock erholen. Meine Fresse, ey. Alter Schwede. Ey, ich möchte gerne wissen, ob ihr es auch so erschrocken habt wie ich, ey. Boah, mein ganzer Körper. Er hat gezittert, ey. Oh. Würde mich mal interessieren. Oh mein Gott. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr euch erschrocken habt oder nicht. Manche erschrecken sich auch ja bei gar nichts. Das gibt's nicht, ne. Oh, hinter uns ist auch ein roter Punkt. Wer ist es denn? Keine Ahnung. Okay, wir haben keine Zeit. Ich gucke lieber nicht nach hinten. Da vorne ist das M. Wir schlängeln uns hier durch die Kisten und Barrikaden. Und haben es geschaffen. Einen neuen Geheimagenten-Orden freigeschaltet. Ja, jetzt heißt es nur noch flüchten. Denke ich, oder? Was kommt jetzt? Ja. Ja. Und jetzt kommt die, meiner Meinung nach, schwerste Mission in diesem Spiel. Da wir jetzt entkommen sollen. Und jetzt kommt ein Rennen. Also wir haben eine bestimmte Zeit zum Entkommen. Und das... Wisst ihr, wie viel Versuch ich als Kind dafür gebraucht habe, ey? Oh mein Gott, ey. Ja, mal gucken. Wie viel Versuch ich jetzt brauchen werde. Ja, hast du auch schon mal gesagt. Da vorne sind wir schon zwei Feinde. Also auf geht's. Da unten ist die Zeit. Die Mission kann ich eigentlich nochmal neu starten, weil die schon jetzt gescheitert ist. Aber ich kann hier jetzt irgendwie nicht neu starten. Toll. Also merken nach links. Weil hier gibt es irgendwie zwei Wege. Das weiß ich noch vom letzten Mal durchzocken. Ja, gute Idee. Oh mein Gott. Autos wollen uns den Weg abschneiden. Und ich fahre hier irgendwo hin, ey. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur nach draußen. Schnapp den Troll. Versenkt ihn. Agent Hugo. Schnell weiter zur nächsten Tür. Du bist fast draußen. Ja, fast draußen. Okay, ich muss für den Weg merken. Jetzt wird das nichts. Oh. Ja. Fahr mir in den Weg. Das ist dein Ende, Troll. Okay, ich würde sagen hier lang. Das ist dein Ende, Troll. Da bauen wir schon eine Straßensperre drauf hier. An alle Schiffe. Zu Potentrol versenken. Hört sich irgendwie einfach an. So noch drei Minuten. Ganz chillig hier. Nach Hause fahren. Ach, da unten sind wir auf die Zeit, wie viel wir zum nächsten Checkpoint brauchen. Hab ich aber geschafft. Passen wir noch durch die letzte Tür, Agent Hugo. Bleib auf Krab. Die letzte Tür? Hä? Wo denn? Alter. Hört mich doch verarschen. Ich sag jetzt hier lang. Und da geht's auch lang. Fertig. Oh mein Gott. Mit der kleiner Troll. Erschießt ihn. Okay, jetzt muss ich hier lang fahren. Fünf Sekunden bis zum Ausgang. Zwei, eins. Verloren. Obwohl auf der Zeit noch zwei Minuten sind. Sinnlos. Agent Hugo, folg deinem GPS. Und verschwinde ganz schnell. Ganz inspekt. Ja. So. Ja, die schießen mich gleich mal tot. Geh weg. Mann. 0,2 an 8,2. Vorsicht. Das geht tief. Ja, das geht tief. Da hast du recht. Hier, W. Jo. Jo. Schön für dich, W. Ah, ah. Tolle? Die versenke ich besonders gerne. Schön. Jo. Geht weg, geht weg. Ah, Straßensperre. Ne. Boah, was? Wasser, Straßensperre. Ach, keine Ahnung. Boah. Ich schieße die jetzt ab. Dann muss das mal schieße ich die alle ab. Wer mir in den Weg kommt, wird weggeballert. Ja, zur letzten Tür. Bleib auf Trab. So. Boah, geht weg, ey. Geh auf, du Tür. Meine Fresse. So. Kann ich nicht noch drunter durchtauchen? Boah. Geht weg. Nichts brauche ich. Boah, ja, fliegen Teile hier rum. 15 Sekunden, um es bis zum Ausgang zu schaffen. Der hier nicht ist. Toll. Ah. Mein Gott. So treu, treib mich zum Wahnsinn. Ja, das war's. Ja, ihr seht selber, wie schwer das ist. Das ist da passiert. Das versuchen wir besser nochmal. Und ja. Hoffentlich schaffe ich es in der... In der nächsten Folge. Ach ja, den Preis hier nochmal. Alle Missionen bei Suspectra im Hauptquartier erledigt. Jetzt ist nur noch eine in der alten U-Bahn. Das ist dieses... Bescheidene Rennen. Und dann noch zwei Aufgaben im Hafen. Und dann haben wir das Spiel durch. Also ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Bam.